Der ist einfach mir vorbeirend Der ist einfach mir nicht vorbeirend Der ist einfach mir nicht vorbeirend Ich kalt waffe hier Wir haben euch doch hier sehen Alter ich komm aus der Deckung und ich komm weg jetzt zum Hersteller Ich brauch ne Blendgranate Weg damit jetzt Weg damit Oh Alter Ey Die verarschen jetzt Okay das passiert nicht Wollte ich nochmal ausprobieren oder nicht oder so Lade da! Schlecken uns an! Fein kommt aus der Deckung! Habe einen! Hier mal den Angriff über! Oha da hinten jetzt! Noch mal! Cool! Hier die Snipen ist ein bisschen anders. Komischerweise sieht sich das Snipen bei jedem Spiel anders an. Einige haben halt... Zum Beispiel bei Corp. Du musst halt Lüftung halten. Bei Babyfeel musst du halt die Höhe abschätzen und sowas. Bei Hado kannst du noch mal draufziehen. Du hast nichts beachten. Du kannst in der Hado auch noch mal draufziehen. Ich hoffe, wie sieht das komplett anders aus der Hado? Scheiße, Alter! Hey! Beweg mich auf! Sie bewegen sich! Ein unterwegs! Ich bin da drauf jetzt, die Arsch! Halt ohne Deckung! Du bist belehrt! Wie oft soll ich dich noch treffen, Alter? Scheiße, Alter! Scheiße, die Kerle in der Hado! Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Ich brauche Hilfe! Rüber! Viel Deckung! Ich bin so ge-down, Alter! Ich war auch grad da! Ach, was soll das denn für ein Müll, Alter? Was rennen die auch blöd nach vorne? Genau in dem Moment, wo noch tausende von Gegnern da sind. Was soll ich da großartig machen? Es ist nicht in Ordnung! Aber schönes Gesicht da! Schönes Parka! Toi Toi! Ich brauche eine andere Waffe als diese scheiß UMP hier, Alter! Das ist echt zum Rotten schlecht! Ah, hier können wir noch ein bisschen in den Zung abgreifen! Coole Sache! Aber keine andere Waffe! Gut! Dann wollen wir mal! Los rüber da! Schnell und ducken! Scheiße! Da ein Handy! Alles klar! Scheiß groß das Ding, was? Ja! Und seine Freunde wissen genau, wo wir sind! Achtung! Sie kommen genau auf uns zu! Sie kommen genau auf uns zu! Ich sollte eigentlich da schön... äh... abballern! Aber... Da kommen noch mehr auf uns zu! Sie bewegen sich! Es ist zum Heulen! Sofort ziehe ich dir aus um die Fresse! Nein! Hängt euch neutralisiert! Das ist ein wunderschöner Gesicht an! Wir schicken fest! Scheiß sie aus! Boah! Ich werde drinnen mal! Ich muss doch! Mit fast Lea muss nachlaufen! Wir sind da im Anmarsch! Komm! Falt ohne Deckung! Nei, war dann! Tango erledigt! Weiter feuern! Wir müssen sie zurückbringen! Wir müssen sie zurückbringen! Wir müssen sie zurückbringen! Dann wäre der Battelle! Und Schuss um Sperrfeuer! Oh, da hat ihn immer weiter auf mich geballert! Da war der Battelle-Titel! Ich hatte auch Gefühl, dass das so ein Endlosskreis läuft... das erst aufhört erst aufhört aufhört und nicht im dritten Stadion ehrlich haben wir eine richtige Waffe hier ja lass ihn vor meine ich ihn gerade ja ich bin da halt bewegt sich! vorsicht! vitalisiert! boah er ist auch down das ist doch zum kopfschneider einer weniger genug ausgeruht los ich kann nichts machen! das ist mir gewusst du Appe wenn du dich hier so geführt nach vorne rennen würdest scheiße die Kerle gibt nicht nach Fango und ultimisierter feind im Anmarsch ich verflute! bitte! vorsicht! vorsicht! das gibt's doch nicht! die sind von wer ist ein Scheißdreckskicher! man wie kann man denn so blöd sein? ey hört doch auf nach vorne zu rennen wenn da 15 Gegner noch rumgammeln! das Problem ist nämlich dass es jetzt eine Endlosstelle ist! egal wie viel ich töte solange ich hinten bleibe kommen immer wieder Leute nach! ach ach scheiß morgen geballert ey es ist zum heulen ja ja ich weiß hier extra money bla fegte kacke hier ey ja jetzt lass dich halt fallen du Nazi-Schwein los rüber da schnell und ducken scheiße da ein Heli alles klar scheiß groß das Ding was? ja und seine Freunde wissen genau wo wir sind Achtung sie kommen genau auf uns zu da kommen noch mehr auf uns zu wir sind nervös er ist ungesick link genommen feind ausgeschaltet das ist schwierig ein weiter 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 Alter weiter wer ist einfach und das ist nicht mehr da ist ja irgendwer da ist ja irgendwer das kann noch zu sehen da ist auch kein wo die Balladette drin ein scheiß Schafschützen weg kann ich jetzt meine Güte nein die kommen jetzt da endlos raus endlich alter boah alter hab ich grad den Kopf weggeballert ja Leute seht ihr unendlich die kommen unendlich nach was ist das Problem dabei auf den Weg alter komm halt sie hin ja der kommt ihm endlich viel verstärken nach was ist das Problem dabei halt bewegt sich nicht vorsicht ja neutralisiert da kommt einer mit einer Schausflinte ich hab nicht Zielburger das ist doch nicht zu aushalten wirft ne Blendkranade rein wir fangen machen uns hier fertig ja 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 da ja Das hat alles auch gedauert hier. Was ist das Böbel, wenn die mal nach vorne fänden und endlich viele Gegner jedes Mal kommen? Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Wo geht's denn hier, ne? Position nehme ich immer mit. Und den Fernseher würde ich auch mitnehmen. Stirbfernseher. Das hat den EZ gezahlt. Ein Kissen. Unglaublich gut erhalten auch alles hier. Da sollt ihr auch irgendwie synchron springen hier. Mitzumachen. Das war zu leicht. Ich lade nach. Alter, wo kommst du denn her? Halt ihn auf Abstand. Ich bewege mich. Alter. 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 43 Kleinen. Kann nur rücken hier. Äh, da ist noch nicht hier. Hit und unterwegs. Pass auf, da kommt so ein Verrückter mit einem Messer! Aufpassen, da kommt ein Teilteam auf 5 Uhr!